Jo, das ist der Golferhai. Ein schöner Tipp für euch, für das dir ein besseres Golfer geht. Es sind hier bei den Green, ein schöner 7-Ball- und 7-Eisenhai. Für jetzt genau zu sehen, ein 7, 8, Neng, Pitching-Wedge, Gap-Wedge, Sand-Wedge, Lob-Wedge. Am Ziel von dieser Übung ist, dass sie mir den selten Schwung benutzen am Gesinn oder Leeren, bei einem Ball, wenn man mich kurz geht. Der Schränkenheim hat mein 7-Hund, der geht am weitesten. und dann guck mal, dass sie proportional immer mich kurz geht. Ihr müsst euch auch bewusst sein, dass egal welchen Schwung ihr macht, es gibt keinen richtigen Schwung hier. Tappt darauf, dass ihr das hier wieder wohnen könnt. Loh 1, 8. Weiter auch 1, Neng. 1, 8. 1, 8. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 10. 1, 10. 1, 10. 1, 10. 1, 10. 1, 10. 1, 10. Ich garantiere, wenn ihr euch von den Dateien übt, dann geht ihr einen besseren Golfer.